Großalarm in Japan. Ein Ungeheuer steigt aus dem Meer und vernichtet alles, was sich ihm in den Weg stellt. Bald folgen neue sensationelle Nachrichten. Die Experten haben den Verdacht, Frankenstein ist wieder auferstanden. Dann kann er also jetzt auch unter Wasser leben. Aber die größte Überraschung, Frankenstein ist nicht allein. Das ist immerhin eine Möglichkeit. Es wäre schon denkbar, dass die beiden miteinander verwandt sind. Dann wären sie so etwas wie Brüder. Ich habe ihn mit aufgezogen. Niemand hat ihn so gut gekannt wie ich. Er war immer ein liebenswürdiges Geschirr. Von welchen der beiden Ungeheuer kommt die Gefahr? Sanda ist harmlos. Das ist keine Theorie. Das ist eine Tatsache, mit der wir rechnen dürfen. Meine Aufgabe ist der Schutz der gesamten Bevölkerung. Ich kann jetzt wirklich keine Rücksicht mehr nehmen. Schneller! Komm doch! Hier, Luftwaffe und Marine greifen ein. Das ist Gaia. Was hat uns gerade noch gefehlt? Zwei Giganten in einem alles vernichtenden Kampf. Sind Sie immer noch davon überzeugt, dass Sanda harmlos ist? Die Technik bietet ihre modernsten Errungenschaften auf. Lasergeschütze gegen übermenschliche Gewalten. Fieberhaft arbeiten die Wissenschaftler, um dem Geheimnis der beiden Superwesen auf die Spur zu kommen. Das Duell der beiden Giganten erreicht einen dramatischen Höhepunkt. Er wird siegen. Frankenstein, sein Rivale oder die geniale Erfindungskunst des Menschen. Frankenstein, ein neuer gigantischer Frankenstein-Schocker. Der Der zange Er im in im 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 Vielen Dank.